Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute sind wir in Horb bei Pyrmin, dem süßen Boy und werden hier ein paar Clips filmen. So kurz bevor das Video losgeht, der Vlog war spontan und wir haben relativ wenig gefilmt oder wenig richtige Clips und deswegen sind hauptsächlich lustige Sachen dabei. Ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem und jetzt viel Spaß mit den Clips. Wow. Okay, 10 Minuten und 10 Sekunden, wo Pyrmin ein 360 macht. Wow. Und ein geschaffter Crankarm. Das war gar nicht. Sorry, ne? Oh, schade. Ha. Piu, 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 piu. Karin, wenn du jetzt ein Manual machst, sieht man den. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Jetzt war ich nicht im Bild, jetzt hast du selber verschissen. Oh, das war's. Oh, das war's. Mit hole ich an, was ich nicht sagen muss. Ach, das war's, imagine. Oh, die habe ich nicht. Aber ich habe verkackt. Ach, das ist ihn wahrscheinlich. Mike, ich will wohl noch mal machen. Wow. Diese haben wir geschafft. Guck mal, ist kein Auma fogen. Huh? Pfft. Pfft. Junge! Wow! Juh! Juh! Hey, da war gar nicht! Juh! 3 cm gerutscht! Juh! Haha A correction Ja, ist drauf! Haha 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 Oh my So, wir hatten jetzt hier eine nice Session. Ich habe eine Stunde lang Manual 180 probiert und nur mit Bitchub geschafft. War trotzdem nice. Wir fahren jetzt nach Hause. So, wie gesagt, es waren jetzt nur ein paar lustige Clips. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.